Hallo, das ist der Katrin. Ja, heute habe ich gedacht, wir machen ein bisschen was für den Bauch und für die Arme und auch ein bisschen für die Beine. Also von allem etwas, wobei der Schwerpunkt wirklich auf Bauch und Arm liegt. Wir machen einen Teil jetzt ganz normal im Steg und dann eben noch mal runter auf die Matte. Also wenn ihr euch was zurecht geben wollt, könnt ihr das jetzt machen, wenn wir so ein bisschen warm laufen. Handeln dann auch toll, wenn nicht, wisst ihr, Wasserflasche, irgendeinen schweren Gegenstand, könnt ihr genauso nehmen. Wir fangen einfach mal an, langsam zu laufen. Wir laufen jetzt im Außen und in, im Außen und in. Arme wieder mit. Und gehen auch wieder auf der Stelle, ganz leicht nur. Und jetzt geht ihr ganz normal. Geht einfach mal vorne und vorne, vorne. Ferse einfach absetzen. Richtig schön. Ein Tap nach vorne mit der Ferse. Arme wieder mit. Und wir gehen ein bisschen tief dabei. Na schön. In die Knie bei jedem Tap. Ganz kleine Bewegung. Und hier. Und hier kommt ihr jetzt nochmal laufen. Und auch da schlägt ihr noch einmal die Füße Richtung Po nach oben. Und nehmt die Hände vor und zurück. Und nehmt die Hände vor und zurück. Und die Schultern. Damit die warm sind. Wenn wir jetzt gleich die Hände platzunehmen. Und ihr werdet langsamer. Und zieht euch jetzt einmal. Beine sind schon dabei aufgestellt. Zur Seite raus. Und haltet. Und zur anderen Seite. Und haltet auch. Macht ihr jetzt einen Wechsel. Zieht ihr einfach zur Seite raus. Richtig schön. In die seitliche Baumbustellatur. Und jetzt geht's nach vorne. Richtig schön ziehen. Beine sind am Boden. Leicht gebeugt. Und ihr werdet immer nach oben. Und kreist euch mal die Arme. Und nehmt jetzt die Handeln dazu. Kreist euch den Arm an. Seitlich dicht am Körper. Die Oberarme. Und zieht die Handeln zu euch hoch. Eine Schulter. Für den Bizep. Richtig schön anziehen. Auf und runter. Noch acht. Noch vier. Auch da dran denken. Die Handgelenke sind gerade. Klicke nicht ab. Noch einmal. Und einmal. Schütteln. Jetzt nehmt ihr die Arme. Als wenn ihr die Handeln gerade freigedreht habt. Und schiebt zur Seite auf. Und schiebt zur Seite auf. Die Ellenbogen sind auf Schulterhöhe. Handgelenke sind fest. Und wir ziehen auf. Die Schulter mit der Legen zieht sich zusammen. Zuwachst. Achtmal. Atme nicht vergessen. Noch vier. Und ein letztes Mal. Und wir halten. Jetzt nehmt ihr die Arme nochmal seitlich und flütteln sie vor dem Körper zusammen. Ganz gestreckter Arm. Und vorm Körper zusammenführen. Alle sind auf Schulterhöhe. Noch acht. Noch vier. Und ein letztes Mal. Und wir halten. Trieb nach. Jetzt machen wir noch einmal was für den Bicep. Trieb. Entschuldigung. Ihr hebt den Furtbord wieder nach vorne. Und liegt noch einmal. Mit den Händen einfach nach hinten. Grabe. Noch acht. Noch vier. Und ein letztes Mal. Gehaltet. Geht ihr ein bisschen auf. Und jetzt geht ihr nochmal einfach mit dem gestreckten Arm. Obwohl ihr schon hinten seid. Ein Stück nach oben. Noch acht. Noch acht. Noch vier. Ein letztes Mal. Und wir halten. Halten. Noch ein bisschen nachziehen. Und wir lösen. Sehr schön. Jetzt könnt ihr eure Matte nehmen. Wir gehen auf den Boden. Jetzt machen wir noch ein bisschen was für die Arme. Und dann gehen wir in den Wachboden ab. Ihr geht jetzt einfach in den Stütz. Und jetzt fangen wir an, eure Arme zu den Schultern zu führen. Das heißt, ihr könnt euch finden, der Körper versucht, eine Arme zu bilden. Und ihr tappt jetzt einfach im Wechsel mit der Hand eure Schultern wieder an. Der Körper bleibt nicht gerade. Und ihr tappt einfach nur die Schultern an. Wichtig. Bauch ist angespannt. Po ist angespannt. Rücken ist fest. Und ihr tappt von rechts nach links. Noch acht. Noch acht. Noch vier. Noch zwei. Und ihr senkt einmal ab. Sehr schön. Beginnt auch mal wieder. Beginnt auch mal wieder. Den Blech. Heben unseren Körper. Versuchen mit gerade die Hübe zu bilden. Und gehen jetzt immer. Eins. Muss nach außen. Nach außen. Nach innen. Nach innen. Raus. Raus. Rein. Rein. Körperbild eine Linie. Bauchrücken. Po sind angespannt. Und wir tappen. Rein und raus. noch acht Mal. Noch vier. Und ein letztes Mal. Und wir halten. Legen Kuss ab. Geh noch einmal in diesen Stand. Und hebe viermal das Bein rauf und runter. Zwei. Und tief. Anderes Bein. Noch zwei. Und tief halten. Und jetzt geht das Bein zweimal hoch. Eins, zwei. Eins, zwei. Und wir halten. Und jetzt noch einmal. Eins, 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 eins. Noch vier. Im Wechsel. Ein letztes Mal. Halten. Und abheben. Jetzt nehmen wir den Rücken noch. Einen Rücken, den Daumen mal nicht. Ihr legt euch das hin. Möglichst komplett den Rücken auf den Boden. Jetzt lebt ihr die Hände. Und zieht euren Körper. Der Oberkörper ist leicht ab und hoch. Lenden und Säulen lieb fest. Und jetzt schiebt ihr euch. Alter und seitlich. Arten Körper vorbei. Die Schultern. Dann kann man links vom Boden lehnen nicht rüber. Sondern wir bleiben wirklich eingeben. Und schieben nur die Handflächen an unseren Oberstchenkeln vorbei. Nur die Schulterblätter sind abgehoben vom Boden. Alles andere durch. Arten zieht in die Seiten. Und jetzt schiebt ihr zwei Mal zu jeder Seite. Und dann schiebt ihr Schiebt und schiebt. Und ihr schiebt und schiebt. Auch da dann die Schultern auf einer Höhe. Kalle zieht vor. Und ihr schiebt die Hand an den Oberstchenkeln vorbei. Zwei Mal auf jeder Seite. Noch vier. Und ein letztes Mal auf jeder Seite. Und ihr legt ab und macht euch einmal lang. Ganz langstrengend. Noch mal Bauchatmen. Und jetzt macht ihr so weiter lang. Jetzt nehmt ihr den Oberkörper hoch. Könnt die Arme dann am Kopf halten. Kommt hoch und zieht dann eins, zweimal das Bein runter. Kommt hoch. Buss. Ein, zweimal runter. Kommt hoch. Ein, zweimal runter. Und hoch. Zweimal das Bein runter. Oberkörper hebt sich leicht. Und zieht zweimal das Bein runter. Genau. Zweimal. Ein, zweimal, zwei. Oberkörper hebt sich. Und jetzt zieht das Bein an. Senkt hier. Heben. Zweimal auf jeder Seite. Sehr schön. Und wenn ihr Oberkörper hochkommt, zieht das Bein zweimal entgegen. Zwei. Oberkörper hoch. Zwei. Hoch. Tief. Hoch. Zweimal runterziehen. Tief. Hoch. Zweimal ziehen. Tief. Hoch. Zweimal runterziehen. Und tief. Und hoch. Und das machen wir jetzt noch einmal im Bett. Der Oberkörper hebt gleich ab. Und wir ziehen dann seitlich mit der Schulter zum Bein. Bein wird hier abgelegt. Wir ziehen uns richtig schön diagonal zusammen. noch acht. Noch acht. Noch acht. Noch vier. Noch vier. Und ein letztes Mal auf jeder Seite. Und wir machen uns lang. Und wir machen uns lang. Ziehen die Beine an. Wirkeln ein bisschen hin und her. Atmen tief ein und aus. Und wir kommen langsam hoch. Setzen wir uns hin. Jetzt gehen wir die Seite auf. Ausgeltatur. Ihr drückt mit dem Knie euren Arm zur Seite. Rücken jetzt ganz lang. Und ihr dreht euch auf. Tief. Und jetzt zur anderen Seite. Auch da ein Widerstand verursachen. Tief an und ausatmen. Tief an und ausatmen. Jetzt kommt ihr langsam nach oben. Würbel für Würbel. Und jetzt. Und jetzt. Dehnt ihr euch. Und jetzt. Richtig lang zur Seite. Das heißt. Ihr bleibt ganz gerade. Und zieht so weit es geht. Nach außen. Richtig schön rüberrecken. Atmen. Und zur anderen Seite. Und auch da richtig ziehen, dehnen. Die Arme noch mal nach vorne. Die Schulter schön dehnen, den Schultermuskel. Zur anderen Seite auch noch mal. Einmal die Arme nach oben rausziehen. Richtig ziehen. Den anderen Arm noch mal umziehen auf. Und noch einmal die Schulterblätter hinten zusammen. Tief im Fußkopf ein- und ausatmen. Einmal ausstehen lassen. Füße zusammen. Kopf nach oben. Ganz leicht einmal drehen. Vorne. Schultern nochmal kreisen lassen. Und damit wir endlich es geben, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dann werden wir wieder eine Einheit auf der Matte machen. Und werden wahrscheinlich auch die Beine komplett eingehen. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.